warte mal wir doch wir haben alles wir haben sogar ein paar mit sternchen haben ein paar aber wir könnten natürlich auch abgeschlossen drei prozent vielen dank dankeschön ja guck hier hier sind wir unterwegs ach du scheiße würde ich das schon wieder sehen okay dann muss ich erst mal da reinkommen okay 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 fast alle aber wie wir progressen ich brauche den rhythmus wir sterben jetzt vielleicht ein paar mal aber auf lange sicht ja genau zahlt sich aus wenn ich meinen rhythmus oder für ihn herzlichen glückwunsch zum zehnjährigen jubiläum pepucher pepucher dankeschön railer vielen vielen dank schön dass du dabei bist danke für ein halbes jahr vielen vielen dank jannis kennst du nicht super meat boy wir haben letzte auf dem youtube-kanal komplett durchgespielt musste angucken ich hab das alles schon mal geschafft irgendwann als ich noch jung und knackig war wer ist der fucking meat boy gott alter wer ist der fucking meat boy gott in your face bitches yes duuude warte das haben wir actually schon das habe ich schon geschafft zurück zur karte das haben wir schon aber level drei haben das haben wir sogar mit stern das eine ja das ist weil das ist bandage girl das ist die die man rettet warte wo ist der rhythmus wo ist der rhythmus wo ist der rhythmus da ist der rhythmus wir müssen warten wenn das große das ding berührt warte 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 es war zu früh okay warte warte es gibt halt keinen safe spot oder warte doch es gibt ein safe spot warte 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 nein 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 man ist immer hier an den dingern ist man sicher guck warte 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 nein 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 Jesus Christ, I'm stupid. Warte, da kommt gerade alles. Okay, jetzt sind sie gone. Da kommt auch gerade alles. Das kommt von unten, das von oben. Eigentlich wäre jetzt... Oh nein, ich bin zu weit gesprungen. Gott, David, das war voll gut. Oh, Jesus Christ, du. Okay. Oh, ich hätte eigentlich direkt weiter müssen. Jetzt muss ich warten. Jetzt müssen wir warten. Scheiße. Neue Elite-Bune. Was ist das für Soße auf dem Boden? Das ist ja Fleisch. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Jahren Moonspawn Swirls. Das triggert dich zu hart, Morty, dass das nicht der Meat Boy selber ist, gell? Kann ich das nicht? Warte mal. Charakter wechseln. Charakterauswahl deaktiviert. Oh, okay. Sorry, ich kann es nicht ändern, Morty. Topfenknödel. Dankeschön für den Resub im 39. Doch, doch, der kann aufhören zu laufen. Der kann. Okay, warte. Wir machen ein anderes Level. Ich mag das nicht, wenn ich warten muss auf Sachen. Ich will rennen. Oh ja, that's more like it. Ach, du Scheiße. Okay, wir machen ein anderes Level. Warte, warte, warte. Wir haben noch viele Level zum Spielen. Wir haben noch viele. Ach, ja. Ein Member Dis. Da muss man die ganzen Schlüssel holen, um das Schloss aufzumachen. Ach, du Scheiße. Okay, jetzt müssen wir wieder rüber. Warte, 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 warte. Vielleicht so ungern in die Mitte, da. I don't like it. Oh, shit. Okay, wir machen nächste Karte. Hallo, NC. Oh, das ist geil. Oh, ja, 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 ja. Warte, warte. Das ist ein Level, das schaffen wir easy. Das schaffen wir easy. Das schaffen wir easy. Okay, da müssen wir ein bisschen höher bei dem zweiten. Ah, da hinten ist schon Ende. Grade A plus. Snell, schnell, schnell. Ah. Tunnel Blower. Oh, Jesus, nein. Für das habe ich so lang gebraucht damals. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen oben in die Nische, gell? Ah, nee, warte, konnte man nicht. Ja, man muss da durch. Wir sehen dich nicht, Cam. Nicht gestorben deshalb nicht. Ihr müsst halt warten, bis ich da rauskomme. Dann ziehe ich mich doch. Fuck, ich muss höher. Wieso komme ich nicht höher? Muss ich vielleicht springen? Gerade eben hat es noch geklappt. Ja, das war zu hoch. Ich verdecke die Tode. Ach, da unten? Ach ja, das werde ich jetzt wohl überleben, Pauliasch. Ich muss mal irgendwie... Wow, dude, okay. That's the secret. Ja, scheiße. Jetzt sitzen wir hier oben fest. Was machen wir jetzt? Ich glaube, wir haben verschießen. Oh nein, das war wieder zu hoch. Oh nein, das war wieder zu hoch. Oh, im richtigen Moment muss ich da draufkommen, irgendwie. Okay, fuck this shit. Okay, next. Oh, that's nice. Kann man da oben drüber cheaten? Oh, nee, kann man nicht. Oh, okay. Oh, das wird heftig. Die Mitte wird heftig, guys. Präzisionsarbeit wird das. Oh, fuck. Okay. 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 Ist kein Kurschuh da? Ah ja, Kurschuh, hallo! Kannst du da unten rum schießen? Ja. Oh shit! Ich glaube nicht, dass man hier schießen... Ah, da ganz unten vielleicht, meinst du? Ja, maybe. Aber wer braucht schon schießen, wenn er Super Meatball... Oh Gott, X ist! Fuck! Nein! Man, dude! What a crap! Sollen wir schießen? Probieren? Wir probieren's mal, können wir... Fuck! Aber unten rum ist echt easy peasy lemon cheesy. Nur dann über das Ding drüber, das wird schwierig. Aber das ist immer noch einfacher, glaube ich. Als komplett oben rum zu gehen. Ich muss halt nur so weit wie möglich oben abspringen. Dann kriegen wir das hin. Evi, miau, hab ich dich vergessen, gell? Tut mir leid, hallo. Miau. Mal warten, bis der Plub da rechts weg ist. Jetzt. Yes, dude! Musik ist voll Cat Jam. Oh, hey, what? What? Ah, ja, okay. Oh! Das ist mit... Das ist mit... Das ist mit Fließbändern. Ah! Ah! Die Fließbänder sind so ein Mixer. Ah! Ah! What the fuck is going on? Safe! Ah! Wir müssen jetzt nach links und dann nach oben, warte. Ah, das geht nach unten. Ah, ich komme nicht hoch. Ah! Scheiße. Fuck. Direkt reingesprungen. Kreuz-Biernbaum und Holunder-Stauten, Ipo-Fuchs. Oh. Nein, 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 nein. Ich will an die eine Stelle, wo kein Fließband ist. Und wieder rüberspringen. Und zurück. Okay, okay, okay. Okay. Hallo, Jonathan. Nein! Aber das ist... Das ist Shuffle-Bull. Das können wir machen, das Level. Shuffle-Bull. Okay. Okay. Nein! Okay, okay, okay. Ah! Ich bin zu dumm. Warum mache ich denn das auch? Echt. Okay. Okay. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. Wenn diese Fließbänder nicht werden, gell? Hm, wie viel haben wir denn? Okay, okay, okay. Pff, nochmal. Ah! Oh, Manni. Oh, Manni. Nein, was mach ich? Oh Mann, Dude. Oh, der war nice. Okay, 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 okay. 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 Nein! Okay. Oh, letzter Raum. Letzter Raum. Sag nix. Sag nix. Ich seh euch nicht, Chad. Ich seh euch nicht. Ich seh's nicht. Ich guck mir nicht die Reaktion. Ich seh's nicht. Oh nein. Oh nein. Goddammit. Dass man da auch gleich getötet wird, wenn man mal kurz stehenbleibt. Wie hab ich das gemacht? Oh, fuck. Ich wär, ich wär, ich wär, ich wär draufgegangen, wieder. Nein! Okay, easy. Level ist voll easy. Ich weiß gar nicht, was das Problem war bisher. Letzter Raum, guys. Letzter Raum. Level ist so easy, guys. So easy. So easy. Ich dachte, dass ich mal safe. Hat so gut angefangen. Ah, ich muss, wie soll ich denn da rein, du? Ah, I did it. Leck ist das mies. Wo hin? Wo hin? Ah, da oben. Fuck! Das ist der letzte Schlüssel, dann müssen wir oben raus. Die Stelle von oben, dann oben raus zu springen, ich glaub, das wird sehr gefährlich. Oh! Ah, was ist das? Kann man das nicht cheesen? Das kann man doch safe cheesen, oder? Oh! Spende! Wupp, wupp! Ich zolle Tribut D. Oh, Magaladia ist 10 Euro. Wupp, wupp, wupp! Dankeschön! Vielen Dank! Vielen Dank! Ach, halt, ich bin oben. Ich dachte, ich bin Meat Boy. Ich dachte, ich bin Meat Boy. Wir müssen schneller fallen. Und wir müssen direkt loslaufen. Wir dürfen nicht stehenbleiben, am Anfang. Ah, fuck! Aber da bin ich dann zu früh. Okay. Oh! Oh, oh, oh! Ah! Fuck! Oder wir schaffen es vielleicht bis ganz nach vorn. Vielleicht ist das nur ein Cheep-Bait. Nee, ist nicht. Ah! Oh, Gott, das Wind. Fuck! Fuck! Hallo, wo ist der Käse? Ah, shit. Da haben wir schon verkackt. Wir müssen, ich weiß genau, was ich machen muss. Ich muss so abspringen. Pass auf, ich zeig's euch. Dass ich da durchfliege. Konstant. Ja, so. Oh, Gott, das ist da schwer. Holy shit. Fuck. Darf nicht zu hoch. Pff. Oh! Oh! Da komm ich nicht hoch, weil da das Scheiß-Ding ist. Okay. Ja, moin, Iberes. Oh, nicht das Rauchmonster. Scheiße. Ich hasse das Rauchmonster so sehr. Immer in Bewegung bleiben. Shit. So, Guys, wir haben, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiterspielen, aber wir haben jetzt Portal auf dem Programm noch bis 14 Uhr, aber wir können heute Nacht weiterspielen. Wenn euch das Spiel gefällt, wir haben eine ganze Playlist da vorne auf dem YouTube-Kanal. Komplettes Let's Play.